Ich bin nicht frustrierend. Nein, es hat nur auf mich so, es hat nur auf mich so. Vielleicht ein bisschen Enttäuschung. Enttäuschung ist richtig und was heißt Enttäuschung? Von einer Täuschung befreit werden. Als ich hingegangen bin, habe ich gedacht, es ist möglich, etwas langfristig in Ruhe und Gelassenheit aufzubauen. Ich habe mir eingebildet, wenn man in einer Gruppe sagt, so wir schweigen nach außen, dann schweigen wir auch nach außen. Ich habe mir gedacht, dass es gewisse Verhaltensweisen nicht gibt. Ja, das war vielleicht blauäugig, das ist ja mein Fehler. Gewisse Umgangsformen nicht gibt. Ich habe es ja beim Hereingehen gesagt, eigentlich war ich in einer Position, wo man gemeint hat, ich sei am Lenkrad und würde lenken. In Wahrheit war ich jetzt ein Jahr lang Stoßdämpfer und zwar vorne, links, rechts, hinten, links, rechts. Aber das ist keine Frustration, das ist die Realität, die muss man zur Kenntnis nehmen und das ist so. Und das wird weitergehen. Ich war eine Episode und ich werde jetzt weiterhin die Spiele genießen können, weil es kann in Ruhe da sitzen, kann mich ärgern, kann mich freuen, weil ich viele Dinge nicht mehr weiß im Hintergrund.